Ja, Hallihallo liebe Fabrikfreunde, ich bin Satenshi und wir spielen heute wieder ein kleines bisschen, äh, Fackatoria. Übrigens, die Dinger kann man nicht aufnehmen, wenn man drüberläuft, entweder lagen sie vorher schon da, oder es muss wahrscheinlich sehr frisch sein, das kann auch sein, dass sie recht frisch sein muss, dass man die aufleben kann, wenn man drüberläuft. Hm, gut, ich habe jetzt wieder mal, ähm, ich nehme das Video, das kommt ja, ähm, wann kommt das raus? Am Donnerstag kommt das raus und heute ist zufällig Donnerstag, also kann sein, dass es auch ein bisschen spät rauskommt, weiß ich nicht. Ich nehme das heute also erst auf, habe also noch eine kleine Pause gemacht zwischen der letzten Folge. Ich bin jetzt nämlich gerade nicht ganz sicher, ob ich irgendwas auf Screen machen wollte, ob ich da irgendwas gesagt habe. Ich hoffe nicht und ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir waren ja dabei, unsere kleine Fabrik hier aufzubauen, unsere kleine Farm, he, he, und wir wollten ja eigentlich schon mal die Züge holen. Weil wir haben soweit alles aufgebaut, bis auf den Schwefel, das werden wir dann später aufbauen, ähm, also später ranholen und ranschaffen. Wir schauen erstmal, ob das hier soweit funktionieren wird, weil theoretisch müssten wir jetzt hier doch tatsächlich jetzt hier runterfahren, irgendwann. Und das dann in die, ähm, Ladestation unten reinführen. Ich schaue mal kurz, ja, sieht vielleicht ein bisschen blöd aus, so zu machen. Sollte man vielleicht ein bisschen anders machen. Und ja, der eine oder andere hat es jetzt vielleicht mitbekommen. Ähm, nee, hat es noch nicht mitbekommen. Es kommt ja erst nächste Woche. Ich habe jetzt mit dem, mit dem UltBull, ähm, dann quasi die neue Staffel angefangen. Ähm, das war ja eigentlich fast schon abzusehen. Gerade auch durch die Kommentare, die ja kamen, waren ja durchweg, ähm, positiv dazu gestimmt, äh, oder durchweg positiv, ähm, was Dings angeht. Dass wir neu anfangen dürfen. Mit mehr Mods und alles. Und ja, es macht verdammt viel Spaß. Wir haben jetzt schon, äh, drei Folgen für nächste Woche aufgenommen. Und ja, also wir versuchen immer nur so drei Folgen pro Woche aufzunehmen, weil damit wir nicht zu viel hervor produzieren. Weil man möchte ja aktuell sein. Ja, und das macht schon ziemlich viel Spaß. Und ja, ich freue mich dann schon auch irgendwann, wenn wir hier auch mal eine neue Staffel anfangen. Denn da kann man dann das gleiche auch machen. Da mal mit ein paar anderen, ähm, mehr, ähm, ja, Mods und so arbeiten. So, ich wollte jetzt zur Basis fahren. Ähm, achso, ja, er muss natürlich hier wenden, ganz klar. Der fährt natürlich dann dadurch, wo halt noch Platz ist. Und dann fahren wir zurück, holen uns, ähm, ein paar Züge. Die werde ich, die möchte ich nämlich hier oben auch hinbauen erst. Die müssen wir nicht unbedingt, ähm, da unten im Zugverkehr losfahren lassen. Die lassen wir da oben fahren. Beziehungsweise müssen wir, glaube ich, mal schauen. Wir brauchen da ja Eisen, Plastik. Also Plastikzüge haben wir ja. Das ist kein Problem. Da lassen wir einfach einen Plastikzug nach oben fahren. Ich meine, das Zeug muss ja nicht unbedingt hier überall in der Basis sein. Da lassen wir den Plastikzug einfach einmal zur Basis. Und einmal, wobei das Plastik ganz gut verbraucht wird, sehe ich gerade. Ich schaue mal kurz. Also der bleibt jetzt hoffentlich hier stehen. Stopp. Okay. Dann schaue ich mal kurz. Der wird jetzt natürlich frisch beladen. Hoffe ich zumindest. Weil irgendwie gab es letztens irgendwie so ein paar Fehler, was das Beladen angeht. Aber jetzt geht es wieder. Okay. Ähm, ich schaue mal kurz nach. Ich habe übrigens auch noch das Update vom F-Mod wieder installiert. Jetzt noch ein komplett neues. Ja, ich weiß gerade nicht, was sich da geändert hat. Ähm, ja. Aber, Hauptsache es läuft. Ja, Kayano, das ist nämlich dann, das ist teilweise der Nachteil von, von Mods und so. Ähm, die Leute, die schauen dann nicht unbedingt nach jedem kleinen Update und so. Die wollen dann, die sagen dann, Hauptsache es läuft. Ja, egal, 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 egal. Ich wollte jetzt mal kurz schauen, das Plastik, was, nein. Ich wollte gerade sagen, das Plastik wird gut verbraucht, aber das sieht ja irgendwie nicht so aus. Jetzt, aber wieso kam jetzt so viel Plastik hier ran? Alter, wir haben ja so viel Plastik hier drin. Ich muss den Plastikzug stoppen, liebe Freunde. Der Plastikzug bringt zu viel Plastik. Das wird nicht mehr eingeliefert. Eieiei. So, müssen wir mal ein bisschen warten vielleicht. Ich kopiere mir mal kurz hier noch Plastik, damit wir das noch hier ein... Hm, konnte ich das jetzt nicht? Ach, hier. Kopieren. Hier ist jetzt zwar Kohle, aber Kohle haben wir ja nicht mehr das Problem. Machen wir hier mal ganz schnell. Was ist denn hier? Hier, hier habe ich noch was reingetan gehabt, weil ich es loswerden wollte. Okay. So, lassen wir das Plastik da mal schnell noch einliefern. Das heißt, hier brauchen wir erstmal gar kein Plastik mehr. Eigentlich. Denn das Plastik an sich wird ja... Da ist er übrigens. Der Schlawiner, der uns zu viel Plastik bringt. Mal kurz stoppen. So. Das Problem bei der ganzen Sache ist nämlich, das Plastik, was hier jetzt eingeliefert wurde, ähm, das ist tatsächlich nur... Für was wird das verbraucht? Eigentlich nur in der, in der, ähm, Fabrik hier unten wird das doch, glaube ich, irgendwie ein bisschen verwendet. Oder? Nein, nein, in der Fabrik wird Plastik hergestellt. Mal Plastik wird hergestellt, wird ja für die Schaltkreise verwendet, die wir ja dann eh nach oben verlegen alles. Das heißt, wir könnten den Zug, der jetzt hier lang fährt, erstmal komplett umstellen. Und zwar nicht so Basis ausladen, sondern der fährt dann direkt nach oben. Zu unserer neuen Schaltkreisfabrik. Da bringen wir das erstmal hin. Plastik. So, und... Ja, da müssen wir mal schauen, wie viel Platz dann, wie viel Plastik da verschwendet wird. Ich mach hier mal wieder auf. Schau mir noch mal kurz an. Hier sind 50, der wird da richtig fett voll beladen. Und hier sind dann 15 fürs Ausladen. Ist, glaube ich, okay. Da machen wir dann gleich mal Play. Und dann sehen wir gleich dann nachher, ob da schon ein bisschen Plastik ankam. So, Kabel. Im Prinzip brauchen wir hier auch Kabel. Aber die sollen ja dann doch nach oben gehen. Das heißt, wir werden... Ab und zu hier ein paar Kabel hindringen. Aber hier werden die Kabel eh quasi kaum... Naja, doch, die werden schon ein bisschen verwendet, aber halt nicht so oft. Das heißt, wir lassen den... Ich werde den gerade zweimal nach oben bringen und einmal nach unten. Das heißt aber, ich muss die Tank... Ne, die Tankstelle ist nicht so wichtig. Die kann man, glaube ich, einmal auslassen. Das heißt, jetzt als nächstes fährt er zur Kabelfabrik einladen. Das ist richtig so. Dann nach der Kabelfabrik einladen, soll er nach oben fahren. Zu unserer Zeitkreisfabrik Kabel und ausladen. Von mir aus 15 Sekunden. Sollten ja nicht reichen. Dann fährt er wieder zur Kabelfabrik zum Einladen. Gabelfabrik einladen. Wie viel haben wir hier drin? 30, dann lassen wir 30. Dann soll er von mir aus nochmal zur Tankstelle fahren. Dann müsste er ja gut, dann müsste er hier so durchfahren. Das ist vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Wobei, was heißt kontraproduktiv? Weil die Tankstelle... Ich weiß nicht, ob die 5 Sekunden reichen, um das immer aufzufüllen. Aber das können wir ja nachher dann später checken. Spätestens wenn er irgendwo auf der Strecke liegen bleibt, dann wissen wir es. Das heißt, er fährt zur Kabelfabrik, lädt neu auf, fährt nochmal zur Schaltkreisfabrik hoch, um das auszuladen. Und dann fährt er zur Tankstelle. Basis ausladen fährt er dann. Er soll aber... Okay, dann muss er nochmal zur Kabelfabrik. Gabelfabrik einladen. Und dann fährt er zur Tankstelle. Basis ausladen, dann Kabelfabrik, Schalt, bla 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 bla. Wir können die Tankstelle auch einfach sagen, komm, mach mal 10 Sekunden, damit er das dann alles schön feuchtfröhlich wieder macht. So, dann fährt er zweimal nach oben und einmal hier hin. Okay, das dürfte dann hoffentlich so funktionieren. Okay, dann haben wir tatsächlich schon den Plastik- und den Kabelzug. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Eisenzug, wenn ich das richtig gesehen habe. Ein Eisenzug. Den müssen wir dann aber persönlich bauen. Weil den haben wir noch nicht. Und das ist dann auch ein Zweigleiser, fällt mir gerade auf. Der muss ja zwei Waggons haben. Wird witzig. So, ich habe ja noch einen Zug, habe ich noch. Einen habe ich noch, aber den möchte ich gerne behalten, damit ich selbst einfach ab und zu mal das aufs Band schmeißen kann, auf die Schienen schmeißen kann und damit rumfahren kann. Dementsprechend heißt es jetzt erstmal einen neuen bauen. Machen wir so, oder wir nehmen es uns einfach hier raus. Das ist vielleicht die bessere Variante. Dann bauen wir uns einen neuen Zug. Der müsste ja hier bei Beförderungsmittel sein. Und, ähm, ne, ein Waggon müsste, glaube ich, reichen, weil das ist, glaube ich, der erste Waggon ist Eisen gewesen. Also nehme ich einfach diesen einen Waggon, den ich noch habe. Weil, um irgendwo hinzufahren, brauche ich keinen Diesellok. Von daher, uhaha. Jetzt würde ich dann wieder rüberlaufen. Okay, dann haben wir das. Wir wurden auch befüllt. Wir haben Fließbänder, 50 Stück. Und der Zug, unser Zug hier oben, sollte ja eigentlich auch mal wieder befüllt worden sein. Der sollte eigentlich auch jetzt Fließbänder oder sowas drin haben. Ähm. Ach ja, hier, hier, warte. Hier werden keine, haben, produzieren wir keine Fließbänder mit. Doch, wir haben doch hier schon wieder eine Blockierung. Was ist denn hier los? Der ist schon wieder blockiert. Und ich weiß auch, ich kann mir auch denken, warum. Weil der, der hat irgendwas in der Hand. Und zwar, Mauern und Schienen. So. Dadurch, dass die Mauern aber anscheinend voll sind, kann er die nicht mehr los werden. Ne, dann wird er die nicht mehr los durch die Mauern. So. Und die Schienen sind auch komplett voll. Was ich krass finde, dass da überhaupt mehr, mehr Schiene, Einlage als eigentlich sein muss. Oder ich mach mal so, so. Ne, Moment, so, so. Dann, hi, so. So. Und die Schienen nehme ich selbst weg. Okay. Ähm, Kohle. Ich nehme mal alles weg, was hier total sinnlos doppelt ist. Und zwar so. Und blockiere das hier erstmal. So. Ähm, trotzdem blöd, dass der versucht überhaupt zu greifen. Das heißt, wenn ich jetzt, die muss ich jetzt irgendwie wegnehmen, was nicht geht. Also drehe ich es mal zur Seite. So. Okay. Der nimmt sich natürlich sofort wieder in die Schiene. Bisschen falsch. Okay, dann fahr ich da mal rein. Noch ein bisschen. So. Und der kann das Kupfer jetzt natürlich auch nicht nehmen. So, jetzt drehe ich das Ganze. Nein, falsch rum. Okay. Okay. Ich glaube, das Problem bei der Tatsache ist, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie blockieren die sich. Das kotzt mich ein bisschen an. Bin ich ehrlich. So, und der ist auch schon wieder blockiert, weil er wieder eine Schiene oder sowas reinpacken will. Okay. Gibt es ja auch nicht mehr. Okay. Da ist es schon okay. So, dann können wir mal schauen, ob Plastik und Kabel auch hochkommen. Da müsste ja eigentlich entweder schon was angekommen sein oder die sind, ja, schon unterwegs und kommen dann oben an, wenn wir ankommen. Und ich hoffe, das Mikro... Ich glaube, das Mikro ist viel zu weit unten. So. Ich sitze heute ein bisschen anders, ein bisschen aufrechter. Ein bisschen so einen geraden Sitz zu haben, das ist manchmal auch ganz gut. Ah, ja. Ja, gut. Da müsste ich jetzt ein bisschen lauter sein. Das Mikro war ein bisschen leiser, glaube ich. Okay. Und wir halten den Zug wieder vorzeitig an, damit wir nicht irgendwo da hingeraten, wo ausgeladen wird. Aber ich kann ihn gar nicht hier stehen lassen. Das heißt, ich fahre mal ganz, ganz nach oben aufs Ausweichsgleis. So. Hier wird nichts ausgeladen. Oh, Entschuldigung. Der wird nichts ausgeladen. Und, ah, hier, Plastik ist schon da. Kabel sind auch schon da und alles auch so, wie es sich gehört. Es sind sogar noch ein paar auf Lager. Beim Plastik eher weniger. Da ist das Band aber auch einfach zu lang. Ach, Mist. Ich muss das Mikro doch mal runter machen. Ich will doch ein bisschen anders hinsetzen. Okay. Dann wollen wir jetzt noch den letzten Zug aufsetzen. Und zwar den Eisenzug. Der Eisenzug war doch dann, glaube ich, der muss ja hier gewesen sein. Das hier ist die Schaltfabrik Eisen. Und dadurch, dass das erste Ding war, der erste Waggon, passt das schon. Also, ähm, bam. Und, bam. Hauen wir hier schnell ein bisschen Kohle rein. Der fährt dann eh noch zur Tankstelle. Das sagt man denen einfach, dass er das machen soll. So. Der fährt jetzt. Wenn er von oben runter fährt, kann er sofort nach rechts abbiegen. Also nach links quasi. Beziehungsweise kann ich es euch ja auch hier zeigen. Wenn er von oben runter fährt, kann er direkt hier abbiegen. Ja, wenn er jetzt hier abbiegt. Und dann noch mal zur Tankstelle. Also er muss ja ab und zu mal zur Tankstelle. So ist es ja nicht. Aber der könnte auch alle zwei Fahrten zur Tankstelle fahren. Machen wir alle zwei Fahrten zur Tankstelle. Das heißt. Ups. Als erstes fährt er zur Raffinerie. Raffinerie Eisen. Hä, hab ich die jetzt schon, ähm, hab ich die jetzt schon getrennt? Ach, Eisenerz ist das. Haha. Einladen. Das wollte ich auf Screen mal machen. Hier noch eine weitere hinbauen, damit wir Eisen und Kupfer einzeln machen können. Das mache ich aber auch nochmal auf jeden Fall. Also, was wir machen werden, ist jetzt eine Raffinerie einladen, heißt das Ding nämlich. So. Das kommt jetzt da hin. Von mir aus hier 15 Sekunden einladen. Das ist okay. Dann fahr... Ja, das war ein bisschen falsch. Dann fahren wir zur Schaltkreisfabrik. Und zwar Eisen. 15 Sekunden ausladen. Und dann, also ich weiß, der Zug wird nicht ganz voll, weil das ja drei, ähm, weil das ja drei Spalten sind. Aber es ist okay. Ich glaube, das ist okay. So, dann fahren wir nochmal runter zur Raffinerie. Einladen. Mit 15. Und dann nochmal zur Schaltfabrik. Eisen. Und dann, meine lieben Damen und Herren, darf er mal zur Tankstelle fahren für 10 Sekunden. Wobei 5 Sekunden, glaube ich, auch ausreichend sind, um den wieder voll zu machen. Aber egal, machen wir 10 Sekunden. Das passt. So, und damit fertig. Dann fahren wir los, mein Freund. Okay. Nächste Haltestelle steht das da. Raffinerie einladen. So. Jetzt haben wir natürlich ein Problem erkannt. Und zwar hier ist rot, weil hier oben kein Signal ist. Und da steht ein Zug. Gut zu wissen. So. Deswegen konnte der jetzt auch nicht reinfahren, sehe ich gerade. Weil für ihn war auch alles rot. Ne, Moment mal. Ah, hier oben ist auch kein Signal. Dam, 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 dam. So. Jetzt haben wir es. Plastik kommt. Kupfer dürfte dann auch irgendwann ankommen. Aber Kupfer hat ja einen verdammt weiten Weg, muss man sagen. Der fährt ja wirklich von hier hinten, von hier. Also Kabel meine ich natürlich, nicht Kupferkabel. Fährt der hier den ganzen Weg. Ei, ei, ei. Aber da ist er. Hä, der will auf das gleiche Gleis? Moment mal. Stopp. Warum willst du auf das gleiche Gleis? Ich habe, glaube ich... Aha. Schaltfabrik, Plastik. Dam, 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 dam. Schaltfabrik. Äh. Schaltfabrik, Schaltfabrik, Schaltfabrik. Kabel. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Kann ja mal passieren. So, ansonsten ist Kabel, Kabel. Okay. Das heißt, ich fahre mit denen nochmal ein Stück zurück. So. Muss ja alles seine Richtigkeit haben. Und dann fahre bitte... dahin. Sehr schön. Dann fährt er ins richtige Dings rein. Okay. Perfekt. So, dann haben wir das schon mal geschafft. Und jetzt, wenn dir das erste Eisenzug... ...wenn das erste Eisen zukommt. Wenn die erste Eisenfuhre kommt... ...könnte ja hier der sein. Der ist nämlich gerade beim Einladen. Obwohl, das sind zwei Waggons. Ich brauche aber einen Waggon. Wo ist denn der mit einem Waggon? Da ist einer. Hier ist einer mit einer Tankstelle. Da fährt gerade einer weg. Ah, das ist Kabel. Ah, das ist Eisen. Das erste Eisen kommt. Und es blockiert hier, weil ich hier falsch gedreht habe. Dam, 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 dam. Ah, stimmt. Ich wollte unsere Brückung noch bauen. Damit die schneller sind. Und jetzt dürfte die Produktion schon angehen, meine lieben Freunde. Es sollte jetzt soweit sein. So. Sehr schön. Es funktioniert. Es stottert hier. Es blockiert sogar ein bisschen. Was auch ganz gut ist, weil... ...dadurch kann man wenigstens sicherstellen, dass diese ganzen Dinger hier auch funktionieren. Ja. Perfekt. Funktioniert. Und dann wollte ich hier ja eigentlich noch, ähm... Hier könnte ich diesen einen Mod gebrauchen. Ich glaube, den besorge ich mir. Den ich im Multiplayer habe. Der ist so geil. Den muss ich euch dann unbedingt mal zeigen. Ähm... Ja, theoretisch würde ich nämlich die jetzt hier quasi auch mit nach unten führen. Am besten aufs gleiche Band. Ähm, könnte ich jetzt aber... Müsste ich jetzt aber... Ja, das mache ich dann. In der nächsten Folge quasi. Ähm... Und hier müsste das dann mit dem ganzen Zeug eingeladen werden. Das sind zwei Schaltkreise. Zwei Stück. Also, man braucht ja irgendwie zwei. Aber erstmal... Erstmal könnte man hier unten auch, ähm... Daraus mit dem Schwefel noch zusammen... ...dann die Prozessoreinheiten herstellen. Da brauchen wir auch erstmal zwei. Also ziehen wir das Ganze vielleicht doch ein Stück höher. Ich mache das mal hier kurz mal zu. Ziehen wir das vielleicht ein ganz Stück höher, damit wir hier noch unsere Schwefelanlage mit hinbauen können. Oder direkt vielleicht hier. Direkt, ähm... Das machen. Ne, ne. Wir müssen ja von hier oben noch die... Die Schaltkreise nehmen. Die normalen Schaltkreise nehmen wir dann von hier oben. Und dann fügt man die zusammen. Das Ganze. Also hier ungefähr. Und dann kann man hier die nächste... Ebene erreichen quasi. Könnte man eigentlich auch so direkt... So hier machen. Und dann nimmt man sich hier so ein Teil. Nehmen wir mal Prozessoren. Werden die da hergestellt? Ja. Nimmt man sich sowas hier. Aber direkt unten drunter, damit das auch schöner aussieht. Und baut hier Prozessoreinheiten. Auch wenn drei Stück vielleicht einen Tick übertrieben sind. Ja, ich glaube das ist ein Tick übertrieben. Vor allem müssen die ja auch noch versorgt werden mit Schwefel. Das heißt ein paar Röhrchen müssen da noch dran. Dann ist die Frage, ob man die unten macht. Ob man die... Weil das Zeug muss ja auch irgendwann wo rauskommen. Muss ja rausknicken. Müssen wir dann mal schauen, wie wir das machen. Ich mache erstmal nur zwei. Okay. Gut. Und hier wird das dann reingeknickt quasi. Mit einem ganz normalen kleinen Knickarm. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Eingänge dann sein werden. Aha. Kann ich mir selbst so suchen. Das wären jetzt quasi die Eingänge. Das heißt, es müsste aber irgendwie das Zeug auch wieder raus. Also müsste man hier den Ausgang machen. Dann kann man hier nach rechts machen. Unter Tunnelung. Ne, das hier muss ja wieder rein, das Zeug. Ne, hier unter Tunnelung. Was hier wieder rauskommt, geht es hier rein. Es wird schwierig, das mit rausladen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn ich jetzt hier versuche, nach raus zu machen. So. Und dann unter Tunnelung baue. Dann ist ja trotzdem kein Platz. Weil hier muss es wieder rein. Direkt hier. In dem Moment hier muss es wieder rein. Das heißt, es muss so ja aussehen. Und dann kann ich nirgendwo Knickarme machen. Müsste man also quasi, wenn man wirklich mehr haben will. Das ein bisschen mit Abstand machen. So, dass man das dann seitlich rausholen kann. Quasi so. Und dann hier unten ins Fließband rein. Und damit das regelmäßig aussieht, kann man das Ganze hier nochmal so machen. Dann, damit der hier quasi auch so steht. Ja, machen wir erstmal die zwei hin. So. Dann kann man die Untertunnelung nämlich hier auch anfordern. Ja, kann man, machen wir es so, damit es schöner aussieht. Okay. Ja. So kann man das machen. Jetzt habe ich gerade noch. Ich mache, ich röhrchen brauche ich sowieso noch ein tausende. Ah, Misty, wollte ich doch in die Kisten tun. Das, was sich überfordert. Na, habe ich vergessen. Jetzt wollte ich euch unten in die Kisten tun, mein Bahnhof. Aber naja, okay. Man kann ja nicht alles haben. Hehehe. Okay, dann. D-d-d-d-d. Hier kommt noch Prozessoreinheit. Das wird noch gedreht, damit es noch anpasst. So. Und oben noch ein Knickarm, der das dran reinschöffelt, das ganze Zeug. Ja. Und das war dann quasi alles. Was wir noch bräuchten, ist aber die, halt die ganze Schwefelfabrik an sich. Denn Schwefel wird aus Wasser hergestellt und aus halt Schwefel. Ähm, wir brauchen also für die Schwefelsäure, das ist die hier, brauchen wir, wird hergestellt in, ich glaube das ist ein Chemielabor, Chemiefabrik. Ich meine, davon haben wir, glaube ich, noch genug, aber ist nicht so schlimm, dass ich die selbst baue. Und Nutzwasserpumpe und Röhrchen habe ich auch noch ein paar. Und da müsste man halt einfach schauen. Das Zeug muss man dann hier unten irgendwo herstellen. Und dann da rüber bringen. Ich könnte es hier unten direkt am Wasser herstellen. Das heißt aber auch, ich muss das Schwefel von da ganz oben bis hier runter bringen. Oder ich mache es halt mittendrin hier irgendwo. Oder direkt hier vielleicht. Die Schwefelproduktion. Aber das Schwefel muss ja runter. Ich glaube, das Schwefel würde ich tatsächlich nach unten ziehen, indem ich sie auslade. Ah, wenn ich sie hier, ich würde es hier hinter bringen und dann hier hinten nach unten fahren lassen. Könnte ich machen. Ich bringe es nach oben. Hier, ich bringe das hier nach oben und fahre dann hier hinten unten lang mit dem Schwefel. Hier so. Sieht vielleicht komisch aus. Ich hoffe mal, es sieht nicht zu komisch aus. Und dann kann ich hier runter fahren. Hier ums Eck. Und dann könnte ich hier den Schwefel herstellen. Weil ich glaube, wenn ich hier das ganze Zeug einfach nur länger mache. Wenn es denn mal nötig ist. Momentan scheint es ja ganz gut zu laufen. Weil ja hier alles stagniert gerade. Aber das wird ja später nicht mehr stagnieren. Dann werde ich das bloß verlängern. Und hier kann ich auch verlängern und alles. Und jetzt könnte ich hier die Schwefelfabrik setzen. Die ja besteht aus nur das hier. Wow. Ist ja gar nichts. Warte mal schnell schauen. Schwefel. So Eingänge wären dann hier unten Wasser. Und da oben kommt das Schwefel raus. Das dann hier hochgebracht werden wird. Und damit das da hochzubringen, könnte man eigentlich... Ne, das geht nicht. Ich würde gerne überlegen, ob man hier so einfach so hier macht. Also, dass das hier wieder rauskommt quasi. Oder mal so. Falsche Richtung. Moment. So geht es rein. Dann kommt es hier wieder raus. Komme ich hier aber natürlich nicht um die Ecke. Um das hier anzuschließen. Wäre ja kein Problem. Man könnte hier quasi auch eine Untertunnelung reinmachen. Wo ich die hier eigentlich holen wollte. Aber vielleicht kann ich mal welche bauen. Eine kann ich mal bauen. Naja, ich glaube da ist... Ich hebe mir glaube ich die noch auf. Die etwas bessere. Dann macht man einfach so. Und dann lässt man das hier einfach ganz normal reinfließen. Ich würde es aber gerne so machen. Auch mit Untertunnelung. Weil das einfach schön aussieht. Ja, was heißt schön? Machen wir doch nochmal. Ich würde mal, damit man hier durchlaufen kann quasi. Nur wegen des Durchlaufen. Darum ging es mir jetzt. So, machen wir es so. Damit das irgendwie eng aussieht. Total sinnlos eng. So, dann kann man hier jetzt noch dazwischen durchlaufen. Jetzt kommt hier eine einzige Fabrik hin. Die, damit das symmetrisch aussieht, hier steht. So. Dann haben wir hier so lang. Ja. Und unten müsst ihr das wahrnehmen. Das Schwefel muss ja auch noch rein. Nicht nur das Wasser hier unten, sondern das Schwefel muss ja auch noch mit rein. Machen wir das hier oben als Extraband. Dass wir das hier so lang ziehen. Dann kommt das hier halt unterirdisch halt an. Irgendwie. Ja, irgendwie ist halt gut. Das hier unten sieht auch doof aus, ne? Aber naja. Stellt euch vor, das kommt jetzt hier so an. Müsste man hier natürlich zwei Fließbänder, vielleicht zwei unterirdische Fließbänder machen. Dann muss ja hier drüben wieder ankommen. Ja, machen wir das so. Dann kommt das hier halt an. Das Schwefel. Dann ist nämlich auch das hier ganz gut mit dem Röhrchen. Dann würde ich das Röhrchen dann so hier setzen. Und ich sehe gerade die Folge schon wieder zu Ende. Doof. Und dann so. Und dann kann hier so ein Knickarm, den ich gerade nicht habe. Jetzt habe ich aber einen. Den kann ich dann hier rein machen. Der knickt dann halt quasi noch das Schwefel da rein. Und dann haben wir ja eigentlich alles, was wir brauchen. Sieht vielleicht aber nicht so schön aus. Hm. Ich könnte allerdings auch... Ja, jetzt überlege ich mir noch hier vielleicht einfach die Schwefelfabrik machen, damit das irgendwie schöner aussieht. Und dann, naja. Hm. Oh, Mann. Puh. Das Wasser muss ich auch noch hochbringen. Das heißt, sie mit unterirdischen Fließbändern arbeiten alles. Das Wasser möchte ich mir aber unbedingt von hier holen, weil das... Ups. Weil das hier halt noch quasi... Könnte ich noch die Mauer so zuziehen. So. Einfach so halt. Dann müsste man aber direkt hier so machen. Und dann müsste man schauen, wie weit geht das. Es geht bis hier hin. Dann macht man das nochmal. Und... Bringt das dann irgendwie da rüber. Und da ist halt dann die Sache. Wo, wie, wann. Und so macht man das. Wow. Die haben ja eine Reichweite von... Extremely weit. Es waren mir aber irgendwie länger in Erinnerung irgendwie, die Dinger. Ich habe irgendwo eins... Zu wenig. Vor allem, das geht rein, aber es kommt nirgends immer raus. Ich habe hier irgendwo eins hingesetzt, ohne es... Ah, hier. Mich schon gewundert. So, und das muss man halt bis dahin bringen, damit dann auch Wasser kommt. Ich hoffe nur, es sieht nicht zu hässlich aus, dass das hier so steht. Und vor allem hier auch keine richtige Verbindung hat. Finde ich dann auch ein bisschen schade. Dass hier keine, ähm, Röhrchenverbindung ist. Hier. Aber okay. Gut, dann... Ähm, werde ich mich für die nächste Folge darum kümmern, dass hier... Äh, noch ein Mod dazu kommt, damit wir das hier schön hier unten anschließen können. Und dann... Muss hier noch ein Teiler rein. Und ich muss tatsächlich mal mehr von diesen... Schnellen Fließbändern, äh, unterirdischen Fließbändern besorgen. Nämlich die hier. Weil ich hier ja überall noch mit den... Billigen gearbeitet habe, wie man hier zum Beispiel sehen kann. Die werde ich jetzt erstmal nach und nach ersetzen. So. Mehr habe ich noch nicht. Die werde ich auf jeden Fall besorgen. Bzw. herstellen. Dafür brauchen wir nicht einen Haufen Zahnräder, dafür brauchen wir einen Haufen Eisen. Und das Gute ist ja, wir haben hier auch ein Haufen Eisen. Uhu. Gibt mir Eisen. So. Ja, okay. Dann werde ich jetzt offscreen vielleicht noch ein bisschen rumbasteln, die Dinger alle ersetzen. Indem man sich einfach das Eisen hier klaue. Was es hier so gibt. Die fallen gerade in die Kisten. Dann gibt es ja hier genug Eisen. Da kann ich die herstellen. Und dann baue ich die jetzt offscreen. Wenigstens noch schnell diese... Diese langsamen Dinger hier ersetzen alle. Ja, und dann würde ich sagen, ich werde... Ich war der Tenshi, hier auf dem YouTube-Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Und ich hoffe, es sieht nicht so hässlich aus. Ah. Hässlich. Hässlich. Ich war der Tenshi, hier auf der Tenshi, hier auf der Tenshi, hier auf der Tenshi.